Nachricht von Keitel. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebracht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführen, die Kapitulation. Hören Sie gut zu wünschen. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Bannoptikum ausgesteckt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich mache das mit dem Rolagen der Urheil und P durante 5.3 Minuten. Au. Untertitelung des ZDF, 2020